Kurz, 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 seitlich raus. Wieder in der Mitte, kurz, kurz, seitlich raus. Kurz, kurz, ja. Jetzt tief. An und mitnahme. Eins, zwei, komm nach vorne. Kurz, kurz, wieder den Ball beruhigen. Ja, 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 ja. Und dahin absetzen. An und mit. Genau. Und komm nach vorne. Genau. Kurz, den Ball wieder beruhigen. Ja, seitlich raus. Ja, bisschen länger die Bälle. Ja, 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 ja. Und nochmal klatsch und tief. Genau. An und mitnahme. Eins, zwei. Trainieren, dass wir sagen, okay, wirklich in diese Aktion, da muss Feuer rein, okay? Ja, bereit? Machen wir einmal klatschen. Bereit? Und hopp. Kurz, 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 absetzen, tief. An und mit. Eins, zwei, komm nach vorne. Und Feuer. Weiter. Ja, ja, klatsch. Kurz, klatsch. Absetzen, seitlich raus. Deckungsschatten raus. An und mitnahme. Eins, zwei. Nach vorne kommen und spielen. Ja, 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 ja. Ander mit. Eins, zwei. Genau. Nächstes Thema, das wir sagen, um den Schulterblick nochmal zu gewährleisten, dass du wirklich da in die Vororientierung reinkommst, machen wir eins, so sagst du mir jeweils immer wieder, machen erstmal ganz normal die Hintergrundfarbe. Hintergrundfarbe, nicht die Hintergrundfarbe von der Schrift, sondern einfach die Hintergrundfarbe save. Okay? Schulterblick, scan, sagst du mir die Farbe, bekommst deinen Ball, an und mitnahme, hast du da automatisch immer wieder die Vororientierung und brauchst eben deine offene Spielstellung, was wir eben im Endeffekt ja so ein bisschen heute schonen wollen. Okay? Lass einfach laufen. Sollte passen. Okay? Wir gehen genau nochmal in diese Übung rein. Ja? Was wir sagen, in der Mitte einmal klatsch, außen klatsch, tief absetzen und du sagst mir, ja, jeweils die Hintergrundfarbe. Okay? Einmal klatschen lassen, zack. Ja? Mitte klatschen lassen. Ja? Schulterblick, scan. Genau. Andere Mitnahme und dann kommst du wieder nach vorne ins Dreieck rein. Kurz, kurz und das gleiche auch wieder hier. Ja? Ja? Weck den Schatten raus, genau, gut. Eins, zwei nach vorne kommen. Genau. Kurz, 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 kurz. Ja? Ja, genau. Eins, zwei nach vorne kommen. Genau. Geht auch mal direkt, direkt dann rein, ja, ins Dreieck wieder. Kein Problem. Ja? Ein, andere mit. Ja? Klatsch. Oh, sorry. Ja? 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 Das kommt von dem Spitz. Ja? Ja? Kurz, kurz. Weil wir das sauber treffen, wenn wir das richtige Spielbein auch wählen. Ja? Ja? So, du machst jetzt eins, du sagst mir jetzt als nächstes die Farbe, beziehungsweise nein, die Schrift liest du mir vor. Ja? Was da steht, okay? Ja? Wir bleiben gleich, wir bleiben gleich von der Übung. Ja? Ja? Kurz, kurz. Ja? Ja? Eins, zwei. Schnelles Dribbling, komm nach vorne. Mit Dynamik nach vorne kommen, klatschen lassen. Ja? Andere Mitnahme, komm nach vorne. Ja? Kurz. Ja? 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 Sauber. Sehr gut. Schulterblick. Tick früher, Vororientierung. Ja? Scan und dann raus. Ja? Jetzt scan. Genau. Und jetzt andere mit. Eins, zwei, komm nach vorne. Kurz. Ja? 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 Und komm nach vorne. Letzter. Kurz, 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 kurz. Und, sehr gut. Und lösen. Check. Gut. Kurz, 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 kurz Vielen Dank.